Aber es gibt halt fünf verschiedene Ebenen im Spiegelgesetz. Also es gibt das Ich mit mir, es gibt ich mit dir, du mit mir. Dann gibt es das Spiegelgesetz, wo ich Angst habe, wie mich die anderen sehen. Und die fünfte Ebene ist, dass niemand das Recht auf Recht hat. Also du machst es mit dir. Deswegen zeig dir das Außen. Deswegen kriegst du es von außen zurück. Das heißt, sie übergeht sich? Ja genau. Weil du es mit dir tust, wird es dir im Außen begegnen, damit du erkennst, dass du genau... ... 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